Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar zur absoluten Fiesta, wie man es mal wieder kennt. Heute ist der Plan, wir spielen Full AP Niederli. Hey Tobi, spielt man die nicht immer auf Full AP? Ja, aber wir spielen sie auf 931, 40.000 AP in der Midlane mit Dark Harvest und was viel wichtiger ist, mit Strapse. Supergeil, super nice, super... Ja, also wir spielen Niederli mit... LOL, ich dachte wir spielen gegen Victor, aber ist auch okay. Ja, also Dark Harvest, ne, mit Scorch zusammen. In der Midlane ist es natürlich extrem schwierig, Speere zu landen, aber ich bin da sehr guter Dinge. Das war schon knapp. Gegen Weiger ist natürlich mein absoluter Lieb... Alter, das gibt's doch nicht, die sind ja so dünn, die Speere, the hell? Inzwischen... In der Midlane ist es natürlich extrem schwierig, Speere zu landen, aber ich bin da sehr guter Dinge. Absoluter Lieblingschamp Weiger, man kennt es, aber ich... Irgendwann ist er unachtsam und dann kassiert er, Leute. Dann wird er kassieren. Jetzt. Okay, fast. Der war... Also der war ein bisschen weit ab, gebe ich zu. So, das war... B ist das Springen, glaube ich. Jetzt! Oh ja! Booyah! 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 Ähm, Outattack? Ja. Booyah-Sprung? Ignite ist auch da. Und nochmal Q. Ja. Hopp! Nice! Ne, so macht man das. Und B spun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun-Doun Weigu! Okay, ja, ist interesting, ist interesting Auf jeden Fall, komm schon, spreng Ah, bitte, kann ich hier Ah, okay Wir, ja, dann gehen wir mal auf Flast, würde ich sagen Warum eigentlich nicht, werden wir es schon haben Frage ist, wo ist Vike? Oh, der ist hier oben Ja, Leder, aber da kann man bestimmt einen Speer kassieren Passt auf Pango Ahu Ahu Schön, komm, da kam es, sehr geil Oh, ah, ja Heilung Und jetzt, passt auf, jetzt leiden wir gleich so ein Speer dadurch Und zack Na gut, der wollte noch nicht, aber der nächste Der nächste wird umso besser sein Na, wichtig ist ja auch, dass wir einfach Dakavis sammeln Na, das ist ja das Wichtige eigentlich Der Rest ist ja scheiß eher Ja, Kralle Krallensperrwurf Okay, das war jetzt nicht ganz so, aber ist okay Na, auch Autotechs gehen durch Und jetzt kommt er gleich nochmal an Ich glaube, er wartet, bis ich reinpusche Könnte sein, zumindest, könnte ich mir vorstellen Oder er geht shoppen, na, ist noch da, Leute Und wir können Dakavis propp, ein Speer reicht Ein Speer könnte reichen Wie weit geht das denn? Ah, jetzt Okay Okay, Cage ist raus, Leute Ne, ich müsste halt wirklich ein Speer treffen Vielleicht genau hier Okay Jetzt Okay, aber Ja, Herr Karim kommt Herr Karim kommt Da, da sehe ich mich Komm, Herr Karim, gib ihm Gib ihm, gib ihm, gib ihm Ich will aber auch was abhaben Ich will auch was abhaben Miau 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 Autotechs, okay Ja, ist okay Ja, war gut Gut executed Na, Tau macht auch gar keinen Schaden zum Glück Na, guck mal Jetzt haben wir schön Kitt Sagen wir Mejai Ich glaube, wir kaufen Mejai's first, Leute Sehen wir uns da? Ich glaube, alles andere wäre nicht männlich Ja, komm, passt auf Wir gehen, wir gehen in den Zwischenschritt Wir kaufen erstmal das Ding hier Und sobald wir ein paar Stacks auf Mejai's auf dem Ring haben Graden wir es ab Ich denke, das ist die klügste Möglichkeit Deswegen sollten wir auch die Lane so früh wie möglich verlassen I think Und roam gehen Toplane zum Beispiel So, wir pushen hier mal durch Na, abüschle Abüschle, zack Hier so ein bisschen, da so ein bisschen So Wir können aber jetzt mal einfach zur Toplane sprinten Wir brauchen gleich auf jeden Fall auch Schuhe Der hat leider noch Full Life Wird mich trotzdem da sehen Toplane, ja Ähm, okay Die können wir töten tatsächlich Okay Ah, das Ding ist, dass jetzt alle kommen Ja, an sich nicht schlecht Hätte ich ihn gneitet, wäre es noch geiler Aber vielleicht kriegen wir es Ja, auch ebenfalls nicht schlecht Aber Ich meine, ich sehe mich Das ist mein Revier hier Das ist mein Revier, Boys Oh, Boy So, und jetzt können wir noch den anderen Boy Wobei, da kommt auch gerade Victor noch Ja, komm, hier Jag den Oh, 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 oh Ja, 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 ja Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Later, bitch Könnten wir das springende Ignite machen oder den werfenden Wurfsperr? Ich bin eine Katze, das weißt du. Ich bin schnell, ja. Okay, hier ist es so ein Ding. So, schön, da sehen wir uns und jetzt gehen wir uns zum Meiji-Scan. Das Ding ist, man kann halt zwei Sachen sagen. Man kann sagen, ja, ich gehe safe und ne und dies und ne und das. Oder du kannst halt sagen, so, hehehe. Man muss auch ein bisschen Spaß dabei haben. Farm, ne, ist auch genau unser Ding. 34 CS, 80, 80, 8. Minute. Ich bin erbaut, ich bin erbaut. Ja. Ja. Alter, der ist mal gar nicht schnell. Ja. Moin, Keule. Schön. Du auch noch? Aber so, dass ich nicht sterbe, bitte. Okay, der Speer war ein bisschen fernab. Ah, okay. Hier, für dich. Okay, lol. Hey, wieso treffen meine Speeren nicht? Sind die irgendwie manipulativ poliert worden? Hier ist ein Strap. So, wir werfen jetzt hier aus dem Winkel heraus. Und Feuer. Wir könnten Botline. Botline sehe ich mich. I see myself, Botline. Oh, yeah, boy. Oh, yeah, boy. Ich habe schon Flussporträte. Ich komme! Ja, das wird nix. Hier sind überall Worts, RIP. Ich würde sagen, ja. Oder? Hier, für dich. What? Noch einmal. Komm, noch einmal. Yes. Na gut. Ja, okay. Ich muss jetzt aber, ich muss Gebühren nehmen, dafür, dass ich so lange unten bin. Das muss man einfach machen. Wir können ja auch einfach den Tower gehen. Ah, so ein bisschen deep, würde ich sagen, ist das schon so, oder? So ein bisschen deep. A-bisschen deep. Also, ich, ich hier, also. Ja, so, ähm, wenn ich jetzt sterbe, dann wäre es kacke. Wirklich? Nein! Töte sie, Brust. Danke. Den auch noch. Mach, äh, mach, äh. Mach Uld. Du hast Uld. Na gut, aber 8,6 kann ich mitleben. Wir brauchen unbedingt Schuhe. Wir sind viel zu langsam. Schuhe. Schuhe, 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 Schuhe. Na gut, 8,6 kann ich noch mitleben. Das ist noch okay, Leute. Das ist wirklich im Rahmen. Ja, jetzt haben wir Schuhe, sind schnell. Ähm, farmen könnten wir auch mal wieder. Gin hat einfach mal 9,3. Welcome. Ja, okay, das sollte aber klappen. Ja, ja, das ist perfekt eigentlich. Ziemlich. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. Sehr geil. Das sind wieder die ersten vier Stacks, ne? Das geht ganz schnell. Okay, da oben ist anscheinend wieder was los. Wieso, wieso eigentlich ich? Wieso eigentlich ich? Wieso eigentlich ich? Stopp jetzt. Danke. Guck mal, da sind wir bei sechs Stacks. Es baut sich... Es ist langsam... Es ist ein Schleichnerprozess, aber der ist da, der Prozess. Solange wir das immer, ne? Nach und nach in kleinen Schritten. Nicht direkt übertreiben. Das ist immer wichtig. Tschüss, Stacks. Ja, ja. Meine Stacks. Ja, so ganz so weit geht es nicht, aber der wird gleich schon ein... Ja, okay. Ja, okay. Ja, 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 ja. Solo. So, ich bin da. Ich werfe einfach Speere, bis ich irgendwann einmal, einmal triffe. Das ging plot. Tatsächlich. Tower diven wie eine Katze. Nice. Uh, jetzt haben wir auch unser Geld. Na, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich würde sagen, wir sind mal kurz raus jetzt hier, ja? Ich heile dich, ich heile dich. Ist gar nicht so bad eigentlich, was hier passiert, aber, ja. Ja. Das Ding ist, das muss jetzt hier jemanden verteidigen, Leute. Der, 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 der Intator. Autotech. Wenigstens, ich brauche wenigstens. Ja, okay. Ah, ja. Scorch, Leute. Scorch. Scorch. Scorch the best. Au, 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 au. Ich komme. Miau, miau. Ich komme. Ja, das ist okay. Bleib, 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 bleib. Bleib hier. Schwer. Ja, so, ja. Hier ist man hier. Na, hier ist noch so ein Trap. Ja, so. Ja, 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 ja. Geil, geil, geil. Ja, geil. Sehr geil. Ja, ich wäre, ich wäre, ich wäre, ich wäre, ich wäre. Ähm. Ja, 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 oh, lol. Ähm. Ja. Ja, 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 ja. Alter, das kann nicht sein, dass ich keine Speere treffe. What the hell is going on? Der trifft jetzt aber. Ich meine, das sind alles Opfer. Jetzt, Opfersperr. Ja. Aber das reicht nicht. Da kam es noch geprocknet, aber das reicht auch nicht. Opfersperr Nummer zwei. Äh. Das Ding ist, er killt mich. Ich kill ihn. Ja. Opfersperr. Oh, das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht so knapp sein jedes Mal. Ja. Naja, okay. Naja, die, die, die Masse macht es, Leute. Irgendwann trifft halt mal einer. Irgendwann wird einer treffen. Sie alle zu treffen, um zu knechten. Ähm. Kann ich heilen? Okay, das hat sich gerade, glaube ich, erledigt. Äh. Bitte nicht, bitte nicht. Guckt ihn euch an! Der hat übel, weiß ich nicht, was geraucht. Ja, gar nicht so schlecht. Ja, so war, war doch schon schlecht eigentlich. Kann ich heilen? Komm, komm. Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich hier keine Ziele treffen, Leute? Send help. Send help. Das gibt's doch nicht. Der kommt von hier unten, ich sag's euch. Du Mistkerl. Nein. Nein. Dadurch, dass die Gegner sich so dämlich anstellen, kann man sogar drüber nachdenken, das Game zu gewinnen. Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen, aber es hat nicht gereicht, oder? Ah, uh, das hat nicht gereicht. Naja, jetzt haben wir vermutlich, eventuell, potenziell, möglicherweise, unter Umständen, vielleicht, verloren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.